So Leute, jetzt gibt es einen schönen Vergleich zwischen The King und The King 2.0. Jetzt fangen wir an mit The King. Jetzt The King 2.0. Jetzt fangen wir an mit The King. Jetzt fangen wir an mit The King. Jetzt fangen wir an mit The King. Untertitelung des ZDF, 2020